Skywurst hat ein Update bekommen. In Skywurst haben wir die neuen Kits. Wir haben nicht nur Kits in Updates neu hinzubekommen, sondern auch neue Kisten. Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video stelle ich euch das riesen Update auf dem Einsuchspunkt Netto vor. Heute am 01.05. hat der Server eine brandneue Lobby bekommen. War gar nicht so lange her, bis der Server eine andere Lobby hatte, weil der hat ja erst eine neue bekommen. Jetzt hat er wieder eine neue. Aber die sieht auf jeden Fall auch schick aus und das Schöne ist. Ich weiß nicht, ob es in anderen Spielmodien auch so ist. Aber Skywurst hat ein Update bekommen. Und zwar nicht nur so ein kleines Philefant-Update, sondern ein richtig schönes, schmackhaftes Update. Nun ist mein Top 3 mein Sucht.net Lobby-Secret ein bisschen überflüssig. Aber ich wusste halt noch nicht, dass sie noch in mein Sucht-Lobby kommt. Wenn ich hier Secrets finde, werde ich euch da auch ein Video machen. Aber wir werden erst mal zu Skywurst gehen. Hier haben wir unsere neue Skywurst-Fant. Wir gehen einfach mal hier rein. Ist schon zum Map-Disco umgevortet. Wir haben neue Kids, wie zum Beispiel Zombie. Hulk ist auf jeden Fall neu. Flash ist neu. Dann haben wir Survival Games. Clan War. Und Schamane ist, glaube ich, auch neu. Bin mir da aber nicht so sicher. King weiß ich nicht. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, keine neuen Kids. Wenn ihr diese Kids in Action sehen wollt, dann, ja, AbonniBlog aktivieren uns. Wir gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben nicht nur Kids in Update neu hinzubekommen, sondern auch neuen Kisten-Loot. Der hat sich jetzt nicht so krass verändert. Aber es gibt Schutz-3-Eisenrüstung, die man jetzt in den Kisten finden kann. Problem ist jedoch, die ist ein bisschen seltener. Und das... Und ich habe keinen Glut. Da sie ein bisschen seltener ist, kann es sein, dass wir sie in diesem Video nicht finden werden. Ja, 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 ja. Er back rum, er back rum. Das ist mein Vorteil. Äh, ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich da reingehen sollte. Ja, ne? Ich weiß gerade nicht, was er gemacht hat. Aber ist mir auch Rille gelootet hat er auch nicht richtig. Gelootet hat er wahrscheinlich gar nicht. Das Ding ist, wenn man am Anfang des Monats spielt, und das ist ja heute... Hä, es ist so abfuckst, Skybox zu spielen. Oder auch die andere Modi sehr wahrscheinlich. Weil jeder möchte gern cool tun möchte. Und sonst wie in die Top-10 monatlich reinkommen möchte, was an sich nicht schwer ist. Ich weiß gar nicht, ob ich noch drinne bin. Ich bin jetzt sogar schon auf Platz 8. Aber es ist mir sowas von egal, auf welchem Platz es ist. Ich bin... Ich sag's auch immer. Ich spiele nicht auf Stats. Weil es ist so nervend, ne? Man muss dauernd spielen. Und darauf habe ich halt keinen Bock. Schön, dass er mir wieder seine Taktik verrät. Das machen relativ viele. Warum auch immer. Ja, äh... Das war jetzt ein bisschen dumm. Das hättest du wann anders machen sollen? Ne. Das kann ich auch. Genauso wie du also. Ne. Ich weiß zwar nicht. Hier, dann trink deinen Saft, ne? Und da... Dann warte ich eben, bis dein Saft abgelaufen ist. Nein. 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 Ich glaube, seine Schneebälle gehen so langsam aus. Oder sind Schnauze-Kicker. Aber ich glaube, seine Partikel sind weg. Na, dann trinken wir mal unseren Saft jetzt. Hoch also. Na, hör mal. Danke. So. Danke fürs Heilen. Nein. Jetzt will er noch fliehen. So. Sehr schön. Eine Runde müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Puh. Okay. Ähm. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Schaut auf meinem Stream-Kanal. Vor allem vorbei. Dort sind wir fast jeden Tag live. Erster Beschreibung. Erster Beschreibung. Wahrscheinlich erster Link in der Beschreibung. Wir sehen uns dann heute im Livestream. Oder wenn nicht, dann im Mittwoch um 15 Uhr zu einem neuen Video. Haut rein. Und ciao. investigators. We'll be rightner. We'll be right in. Untertitelung des ZDF, 2020